Willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel oder für alle, die mich nicht kennen. Hi, ich bin Lea, ich habe Endometriose und ich erzähle euch hier von meinen Erfahrungen damit. In diesem Video soll es zur Abwechslung aber tatsächlich mal nicht nur um meine eigenen Erfahrungen gehen, sondern auch um eure. Denn ich habe mir schon vor einiger Zeit überlegt, dass ich gerne mal ein Video drehen würde, in dem es um Tipps gegen Endometriose-Schmerzen geht. Und weil die Endometriose aber nun mal sehr, sehr individuell ist und auch die damit einhergehenden Schmerzen sehr, sehr individuell sein können und bei uns allen irgendwie auch unterschiedlich sich äußern, habe ich mir gedacht, dass ich nicht nur meine eigenen Tipps gegen Endometriose-Schmerzen hier sammeln möchte, sondern eben auch eure. Und deshalb habe ich euch gefragt, welche Tipps ihr habt gegen Endometriose-Schmerzen und was euch Linderung verschafft, wenn ihr starke Schmerzen habt. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut und war auch sehr überrascht, denn es sind sehr, sehr viele Tipps zusammengekommen und es waren auch sehr viele Dinge dabei, die ich selber persönlich so bisher noch nicht gemacht habe. Deswegen hoffe ich, dass ihr vielleicht für den einen oder anderen noch etwas dabei ist, was ihr vielleicht noch nicht ausprobiert habt und was euch bei euren Schmerzen vielleicht noch weiterhelfen könnte. Und weil so viele Tipps zusammengekommen sind, habe ich das Ganze versucht, so ein bisschen zu sortieren in verschiedene Kategorien, denn würde ich alle Tipps in einem Video tun, dann würde das ein bisschen den Rahmen sprengen und würde sehr, sehr lang werden. Deswegen habe ich das ein bisschen aufgeteilt und das hier ist jetzt quasi der erste Teil dieser Reihe. Und in diesem Video wird es deshalb hauptsächlich um Tipps aus den Bereichen Wärme, Ruhe und Entspannung gehen. Dann fangen wir auch gleich mal mit dem, würde ich sagen, meistgenanntesten Thema an und zwar dem Thema Wärme. Das würde ich sagen, ist so das bekannteste, was bei Endometriose-Schmerzen hilft und auch das, was die meisten von euch definitiv auch anwenden und auch etwas, was ich selber angewendet habe, sehr viel. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich mit Wärme Schmerzlinderung zu verschaffen. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar, die ich selber angewendet habe und auch welche, die ihr mir geschrieben habt, vorstellen. Das erste und wahrscheinlich auch das bekannteste ist natürlich die Wärme-Flasche. Wenn ich starke Endometriose-Schmerzen hatte und auf dem Sofa gelegen habe oder im Bett gelegen habe, dann war so ziemlich das erste, wo ich immer zugegriffen habe, die Wärme-Flasche. Und das haben auch ganz viele von euch geschrieben, dass Wärme-Flaschen euch sehr, sehr gut geholfen haben. Und auch mir hat so eine heiße Wärme-Flasche auf dem Bauch schon immer ganz gut Linderung verschafft. Und vor allem finde ich auch, dass Wärme-Flaschen relativ angenehm sind, denn ich hatte die oft mit auf dem Sofa oder mit im Bett. Und dadurch, dass Wärme-Flaschen relativ weich sind, habe ich das nie als besonders störend empfunden, damit zum Beispiel dann auch zu schlafen. Neben der Wärme-Flasche wurden dann auch noch ganz häufig Körnerkissen genannt. Und das ist auch etwas, wozu ich selber auch immer wieder gegriffen habe. Denn auch so ein schönes, warmes Körnerkissen ist doch sehr, sehr angenehm, wenn man Krämpfe hat oder starke Endometriose-Beschwerden. Ich glaube auch, ich habe Körnerkissen in allen Größen und Formen. Und eins, was ich sehr, sehr praktisch finde, ist das zum Umbinden. Das ist nämlich ein ganz langes Körnerkissen mit einer Wand vorne dran, sodass man sich das tatsächlich um den Bauch binden kann. Das hat nämlich den Vorteil, dass man damit herumlaufen kann, ohne dass man das dabei festhalten muss. Mein Körnerkissen zum Umbinden hat übrigens meine Mutter selber genäht. Danke dafür. Aber man kann die auch einfach kaufen. Der nächste Tipp aus dem Bereich Wärme ist tatsächlich etwas, was ich bisher selber noch nicht ausprobiert habe. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass das die Schmerzen lindert. Und zwar ist es das Thema Heizdecken und Heizkissen. Das haben mir nämlich ganz, ganz viele von euch geschrieben, dass ihr Heizdecken bzw. Heizkissen zu Hause habt. Und dass die euch helfen, wenn ihr Schmerzen habt, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich selber besitze aber weder eine Heizdecke noch ein Heizkissen, habe aber auch schon einige Male davor gestanden und überlegt, mir sowas auch zu kaufen. Der letzte Tipp aus der Kategorie Wärme ist dann auch schon einer, der meiner Meinung nach einen ganz guten Übergang zur nächsten Kategorie Entspannung bildet. Und zwar geht es um das Thema heiße Dusche bzw. heiße Badewanne. Und das ist etwas, was ich selber sehr, sehr regelmäßig angewendet habe, wenn ich Schmerzen hatte. Und auch etwas, was ihr mir geschrieben habt, dass ihr eben heiß duscht, wenn ihr Schmerzen habt oder in die heiße Badewanne geht und euch das Linderung verschafft. Und auch ich persönlich habe das tatsächlich wirklich sehr, sehr regelmäßig so gemacht. Denn gerade in der Zeit von meiner OP, in der ich quasi Dauerschmerzen gehabt habe, habe ich wirklich abends mehrfach die Woche in der Badewanne gelegen und das als wirklich entspannend auch empfunden und auch als Schmerz lindernd. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine Badewanne meistens wirklich so heiß war, dass es im ersten Moment weh tut, wenn man reinsteigt. Aber wenn ich dann eine Zeit lang da drin gelegen habe, hatte ich wirklich das Gefühl, dass sich mein gesamter Körper einfach so ein bisschen entspannt hat und die Krämpfe, die ich ja sehr, sehr häufig hatte, einfach insgesamt ein bisschen besser geworden sind. Aber ich habe auch sehr, sehr häufig sehr heiß geduscht, denn manchmal hatte ich einfach nicht die Lust oder die Zeit, jetzt erst eine heiße Badewanne einzulassen und da dann noch drin zu liegen für eine Weile. Und auch eine heiße Dusche hat natürlich einen ähnlichen Effekt. Das ist jetzt auch erstmal alles gewesen, was ich aus dem Bereich Wärme an Tipps gesammelt habe. Wenn ihr aber noch Tipps habt, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die auch irgendwie in den Bereich Wärme gehören, dann schreibt die doch gerne mal in die Kommentare. Neben dem Thema Wärme möchte ich in diesem Video auch noch auf das Thema Ruhe und Entspannung eingehen. Und auch, wenn es jetzt natürlich erstmal relativ allgemein klingt, gibt es doch einige Tipps, die ich euch damit an die Hand geben kann, die ihr vielleicht nochmal ausprobieren könnt und die mir gegen Endometriose-Schmerzen geholfen haben und vielen anderen von euch eben auch. Das Erste, was dann natürlich zu diesem Thema dazu gehört, ist Schlaf. Meine Erfahrung ist nämlich einfach, dass viel Schlaf bei Endometriose-Schmerzen auf keinen Fall schaden kann. Und diese Erfahrung habe auch nicht nur ich alleine gemacht, sondern auch ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass wenn ihr Endometriose-Schmerzen habt, ihr einfach versucht, möglichst viel zu schlafen. Neben viel Schlafen hat mir auch persönlich immer geholfen, zu versuchen, zur Ruhe zu kommen, einfach ein bisschen zu entspannen, viel zu liegen und möglichst wenig zu machen. Und auch ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass Ruhe, Entspannung und einfach viel liegen euch bei Endometriose-Schmerzen hilft. Und ein weiterer Tipp zu dem Thema ist, entspannte Musik zu hören, um besser zur Ruhe zu kommen. Das ist tatsächlich etwas, was ich selber nicht so mache, aber ich habe das schon von sehr, sehr vielen von euch gehört, dass entspannte Musik euch hilft, besser zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Und um das an dieser Stelle einfach mal zu sammeln, habe ich unten in den Kommentaren einen Kommentar gepinnt, unter dem ihr dann sehr gerne mal eure allerliebsten Playlists mit Entspannungsmusik teilen könnt, sodass ihr und auch ich selber unter diesem Kommentar vielleicht einfach eine kleine Sammlung an Entspannungs-Playlists finden können. Ein weiterer Tipp, in dem ich selber tatsächlich nicht besonders gut bin, ist das Thema Stress vermeiden. Denn ich glaube, ganz viele von uns kennen das, dass Stress die Endometriose triggern kann, beziehungsweise Endometriose-Schmerzen, die sowieso schon da sind, noch schlimmer machen kann. Die Erfahrung haben sicherlich viele von uns schon gemacht. Und natürlich ist es dann sinnvoll, Stress möglichst zu vermeiden. Das ist am Ende auch viel leichter gesagt als getan. Glaubt mir, das weiß ich selber zur Genüge. Ich bin ganz schlecht darin, Stress zu vermeiden. Denn oft ist es ja sowieso schon so, dass wir, wenn wir Schmerzen haben, nicht das leisten oder machen können, was wir gerne würden. Und dadurch meistens sowieso schon Stress haben. Aber ich wollte den Tipp, Stress zu vermeiden, an dieser Stelle trotzdem gerne mit aufnehmen. Denn ich kenne es selber wirklich nur zu gut, dass Stress einer meiner größten Trigger ist und alles schlimmer macht. Und das ist bei vielen von euch eben auch so. Weswegen aber eben auch von euch Stress vermeiden ganz, ganz häufig als Tipp gegen Endometriose-Schmerzen genannt worden ist. Passend zum Thema Stress möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz auf Meditation, Schmerzmeditation und Atemübungen eingehen. Das ist auch tatsächlich etwas, wo ich selber noch bisher sehr wenige Erfahrungen mit habe. Aber ganz, ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass Meditation, vor allem Schmerzmeditation oder auch Atemübungen ihnen sehr bei Endometriose-Schmerzen helfen. Und ich kenne tatsächlich auch sehr, sehr viele andere Betroffene, die das regelmäßig anwenden. An dieser Stelle möchte ich euch natürlich auch noch den Tipp weiterleiten, dass es hier bei YouTube sehr, sehr viele Videos zum Thema Meditation, Schmerzmeditation und auch Atemübungen gibt, die euch da einfach ein bisschen anleiten und an die Hand nehmen, falls ihr damit noch gar keine Erfahrungen gemacht habt. Und damit sind wir dann auch schon beim letzten Tipp aus der Kategorie Ruhe und Entspannung angekommen. Und zwar geht es darin um ätherische Öle. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich bis vor kurzem mit dem Thema ätherische Öle gar nicht wirklich etwas anfangen konnte und auch nicht wirklich Berührungspunkte damit hatte. Ich mich aber zur Zeit mit einem Aromadiffuser, den ich geschenkt bekommen habe, ein ganz kleines bisschen an das Thema herantaste. Und ich kann zumindest schon mal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass so ein bisschen Lavendelöl durchaus zu meiner Entspannung beiträgt, wenn ich Schmerzen habe. Und auch viele von euch haben eben diese Erfahrung gemacht. Und ich würde auch sagen, dass diejenigen von euch, die ätherische Öle anwenden, da wahrscheinlich mehr Erfahrung mit haben als ich. Und deswegen pinne ich euch auch dafür unter diesem Video einen Kommentar, unter dem ihr dann sehr gerne von euren Erfahrungen mit ätherischen Ölen erzählen könnt. Und das waren dann jetzt auch alle Tipps aus dem Bereich Ruhe und Entspannung, die ich hier mit euch teilen wollte. Solltet ihr aber natürlich noch mehr Tipps gegen Endometriose-Schmerzen aus der Kategorie Ruhe und Entspannung haben, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe sehr, dass hier vielleicht der ein oder andere Tipp noch dabei gewesen ist, den ihr noch nicht gehört habt oder noch nicht ausprobiert habt und der euch aber vielleicht bei euren Endometriose-Schmerzen noch ein kleines bisschen Linderung verschaffen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen würden. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch allen gut geht.